Du hast mir einen Harten gezeigt, Alter. Lass es! Lass es! Boah! Ich möchte am liebsten abknallen. Oh, da vorne! Da vorne! Das sind welche! Oh, du pushst aber vorne! Oh, da bin ich, du! Da bin ich! Du hast mir einen Harten gezeigt, Alter. Dafür könnte ich dich jetzt erschießen. Beim nächsten Mal gibt's einen Headshot gratis. Lass es! Lass es! Oh, komm! Oh, ich hätte sie einmal abgedrückt. Was ist los? Links wurde geschossen? Ja, ich konnte schon weiter weg. So weit kommt mir das gar nicht vor. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Das ist am Radio Station. Ich weiß gar nicht, wo wir raus müssen. Warte, ich muss mal gucken. Kaputte Straße, kaputtes Haus, kaputter Hauszaun. Alles klar. Hast du das jetzt auf Deutsch gestellt? Nö. Äh, ich muss... Verwaltungsfilter oder Leuchtturm. Alter, wir haben beide verschiedene. Hm. Ei, 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 ei. Dann lass uns mal dahin, wo sie geballert haben. Hol dir keinen Bruch hier, ne? Du kannst dir ganz schnell einen Bruch holen. Dann hast du Arschkatsche. Wo bist du hin? Runter gegangen. Scheiße. Ich höre... Ich höre... Ich höre Russen. Ja, das bin ich. Achso. Bist du hier runter gegangen? Ist ja egal, komm einfach. Ich geh hier hinten runter. Ist mir sicherer. Nicht, dass ich mir einen Bruch zuziehe. Hab ich Kopfhörer? Ich hab niemals Kopfhörer, Alter. Ne, ich? Aber? Nö. Nö. Nö, aber ne Mütze. Keppi. Keppi. Okay, weiter geht's. Achso. Hast du teuren Loot bei dir drin? In deinem Rucksack oder so? Nö. Manchmal spammt man mit, äh, spawnt man mit, äh, scuffed mit teuren Loot. Oh, hier ist schon jemand tot. Der wurde aber schon gut durchlootet. Oh, das sind welche? Ja, aber wir sind selber Skiffs. Ganz ruhig Blut. Und jetzt hab ich auch ne Mütze. Der wurde schon gelootet, richtig? Und besser ein Dingshaus. Oh, der hat den Rucksack. Los, die knallen wir ab, oder? Okay. Warte. Hier ist noch einer. Und da bin ich, du! Da bin ich! Was? Bist du tot? Nee. Achso, dann hast du... Habe ich dich erschossen? Nee, ich dachte, du hast auf mich... Nee, nee, der andere war auf mich. Alter. Der hat mich erschossen. Wer schießt? Ich hab keine Ahnung. Ich muss erst mal gucken hier, wie viel... Munition ich überhaupt noch drin hab. Oh, weniger als die Hälfte. Ich müsste mal nachladen. Den hat einer erschossen. Hier sind welche. Aha. Ah, nee, doch nicht. Ah, nee, doch nicht. Ah, ich hab kein... Ich muss nach... Ich hab keine Kugeln mehr, ey. Guck mal, ob ich nachfüllen kann. Nee. Boah, wir sind auch sehr früh in der Map hier, ne? Also das ist... Wo bist du hin? Ich bin ins Haus gegangen. Wo du mal das erste Mal erschossen worden bist. Der Typ, der vorm LKW steht, der hat diese Maske, wenn du da bist. Ey. Ich seh's auch. Oh, ich will mal markieren, aber es geht ja gar nicht. Oh, der ist tot. Bist du... Hast du geschossen? Ja. Zwei Schüsse. Okay. Da war noch einer dahinter der Hütte. Hast du den erschossen? Ja, hab ich erschossen. Bist du draußen? Bin drin im Haus. Immer noch. Ach, oben. Musst du dir merken, dass es nämlich keiner tot bedeuten. Oh, mir gefällt das gar nicht, dass ich zum Leuchtturm muss. Hm. Die zerstörte Straße ist wie der Tunnel. Einfach nur unten die Straße entlang. Also... Ganz unten. Aber da muss ich erstmal hinkommen. Ja, das ist ja immer richtig. Komm. Geh mal zu den anderen. Hast du den ersten, den du erschossen hast, gelootet? Ja. Ja. Und den anderen, den ich erschossen hab? Nee. Da waren ja drei Spieler. Hm. Nee, weil dann wurde ich geschossen, hab ich's lieber sein lassen. Ja, das ist richtig. Bist du wieder raus? Nee, ich bin runter. Aber ich geh jetzt raus. Ich geh zu den Typen, den ich als erstes erschossen hab. Welcher ist eine Tasche? Ja. Wird leer sein, denk ich, oder? Hä, wo ist der Typ, den ich hier erschossen hab? Ja, das ist leer. Okay, ist der nicht. Okay. Oh, du hörtest aber die Waffe, der hat eine Lampe drunter. Nimm mal die Waffe ab. Äh, die Lampe. Die ist was wert. Okay. Jetzt nicht so viel, äh, beim Händler, aber, ähm, ich kann's immer mal gebrauchen. Ich muss dir die Waffe öffnen und dann kannst du das rausziehen. So, dann kann ich ja mal das Magazin abnehmen. Ja, das. Ja. Das kann noch raus. Ja, ist ja gut. Du kannst auch Waffen einklappen, nicht alle, aber die meisten. Mhm. Mhm. Okay, dann, dann lass uns abhauen. Wir rumspringen wie falsch, gell? Wir gehen in Richtung Ausgang. Ich werde dich aber eher verlassen müssen. Mhm. Du müsstest im Prinzip... Das ist doch ein weiter Weg für dich, ey. Mhm. Du kannst mich ja so viel re-road bringen. Was? Sag mal die beiden, wie heißen die beiden nochmal? Nee, ich muss nach, zum Westen, im Westen rüber. Ja. Äh. Kaputte Straße und kaputtes Haus. Ja, das ist alles links. Mhm. Scheiße. Jetzt kommt hier mal ein Hotspot. Wo bist du hin? Ja, runtergerannt. Ach, da. Du musst mir schon folgen. Du hast ja zu viel links, rechts geguckt, oder? Ja. Ich guck grad auf der Map noch. So. Hier ist der Leuchtturm. Okay. Da geh ich jetzt hier die Straße lang. Die man leider nicht sieht. Doch, da hinten. Ist auch nicht so ein halbfertiger Leuchtturm. Ja, wir müssen jetzt die Straße noch lang. Gehe ich mit dir noch runter. Selbe, halbe Strecke zumindest. Selbe, halbe Strecke zumindest. Ich weiß, aber da geh ich ungern ran, weil das der einzige Durchgang hier ist. Die ist leer. Das kann ich da schon. Hm? Wir gehen Richtung Tankstelle. Da sind Skiffspieler. Ich weiß nicht auf uns. Ne, die ballern nicht auf uns. Hat er ne schöne Waffe. Hier liegt einer. So und Skiff. Ich geh in der Tankstelle rein, Matthias. Ja. Pass auf, da ist Feuer. Feuer tut weh. Okay. Okay. Boah. Ich möchte am liebsten abknallen. Du musst dir immer denken, dann... Hier liegen auch wieder welche. Äh. Hat ein... Hat ein Spieler hier grad rumgeballert. Boah, liegen da viele. Ja. So ein Raskiff. Okay. Lass uns runter zum Strand. Ich muss aber weiter rüber eigentlich. Ich weiß. Mir bewusst. Ich bring dich ja dahin. Nein. Was? Ich bin gesprungen irgendwie. Na, jetzt hat er Aua gehabt. Aber es sieht okay aus. Aber er ist nicht gebrochen. Hm. Manchmal hakt das so, ne? Wenn du rennst, ne? Hm. Oder? Dann teleport... Sieht so aus, als ob du dich so einen Tick nach hinten teleportierst. Ach so? Für dich, ja? Ja. Für dich nicht, wenn du rennst? Nö. Bei mir wird alles nachgerinnert, so. Also das ist... Wir haben Glück, dass wir bis jetzt auf wenige Spieler, oder bis jetzt noch fast gar keinen Spieler gestoßen sind. Oh, da vorne. Da vorne. Das sind welche. Wo? Ja, direkt vor uns. Wo schießt du hin, Alter? Ja, zu denen. Wir müssen hoch. Suche Deckung. Wir müssen hoch. Geht Grüne. Rüber. Mit meinen Schrottmurmeln. Ich hab auch nicht mehr so viel Muni. Da sind sie. Oh, du pusht aber vor, ne? Du weißt doch gar nicht, wo die im Bus sind. Ah, du hast gesagt, da sind sie. Ja, auf der Straße. Wo bist du jetzt hingelaufen? Jetzt weiß ich nicht, wo du bist. Bin hier oben im Gebüsch. Okay. Ich stehe neben dem Tier. Ja, ich hab's gesehen. Die hocken jetzt irgendwo. Will nicht sterben. Ich werd mal hier ein bisschen rennen. Ablenken. Ablenken. Vielleicht siehst du ja was. Nö. Ja, gleich. Nö. Wo bist du jetzt? Hier oben im Gebüsch vorne. Da, unter dir. Links. Also ich hab auch nicht mehr viel Schuss, ne? Boah, die hockt hier irgendwo im Gebüsch und warten. Du läufst jetzt ganz schön vor, ne? Nö, ich bin nicht so weit weg von dir. Immer bevor er Bescheid sagt, geh jetzt vor. Weil sonst, du weißt hier nicht, wer wer mehr ist. Hier. Bei mir irgendwo. Glaub ich. Das Problem ist, ich darf die ganze Schalstrecke gleich zurücklaufen. Aber manchmal schliert das so. Irgendwie so. Monitor von oben nach unten. Ja, das ist. Weil dein Monitor so wenig Bilder hat. Du hast kein, ähm. Ich hab kein Camion-Monitor. Was? Ich hab keinen Camion-Monitor. Ja, du musst nicht immer den Camion. Aber dieses. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das, das verhindert halt. Ach so. Dann musst du halt Wörsing, äh, V, äh. V-Sing? Anmachen, wenn du das nicht hörst. Das hilft ja aus. Wir sind abgehauen. Wir wollten Loot rausbringen. So, kommst du? Wo bist du? Ja, hier an den Bach raus. Ach so, okay. In dem Bus bin ich. Komm aus dem Bus raus. Okay. So, jetzt zeig ich dir, wo du hin musst. Geradeaus ist der Tunnel und du musst jetzt links die Straße runter. Bis zum Ende. So, bis später. Bis dann. Tschüss. Ich werd dich dran, ich werd dir ja melden, wenn ich erschossen muss. Ey. Was? Ich glaub auch nicht, wird geschossen. Lauf. Scheiße, ich bin schon weg. Ach scheiße, ich hätte ja verorten können. Oder hast du ein komisches Geräusch gemacht? Ich hab, mein Stuhl hat geknackt. Okay. Das ist so. Das ist so. Untertitelung des ZDF, 2020